Damit wieder die Chance auf das Break für Marcel Schnüpfinger auf der Doppel 18. Doppel 4, 28, Rest. Single 14 für die Doppel 7 und er passt. Und da sehen wir auch die Emotion, die Faust kommt. Aber gut gestellt. Auch nochmal auf 40, da ist jetzt ordentlich Druck drauf für Thomas. Herz runter auf die Doppel 10, die ersten zwei dazu nicht gut und der dritte sitzt. Das ist der Ausgleich. Damit holt er sich das Break zurück. Angespielt, trotzdem in diesem Fall daneben gegangen. Wird er jetzt umbauen? Probiert das nochmal. Er probiert es nochmal. Ich glaube, den kann er drauflegen. Muss viel wandern, wir sehen es. Der Steckweg ist nicht optimal. Und der ist drin. Wichtig. Wichtige Darts 2 zu 1. Führung sich erholen zu können. Bis jetzt nur Breaks. Beide im Spiel des, im Anwurf des Gegners stärker. Druck auf diese 40 jetzt. Und kann es souverän machen und kann damit die Gruppe entscheiden. Richtig, ja. Ist zumindest jetzt mal fix aus der Gruppe. Draußen wird sich dann im direkten Duell gegen NMD entscheiden, ob als Gruppenerster oder Gruppenzweiter. Bei uns geht es jetzt dann in Kürze weiter im Teambewerb wieder im U18. Mit zwischen dem Duell Just Do It und Freestyle haben wir wieder österreichische Beteiligung in beiden Teams sogar dabei.